Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Äh, hast du die Chicken rausgeholt? Ja, ich geh doch jetzt auch ein bisschen farm Nein, war du nicht fertig? Ja, fast, ich hab nur zwölf Dann kannst du dir auch ein bisschen abgeben Ja, ich geh doch jetzt farm und geh jetzt neue suchen Ja, ich hab nur zwei, Junge Okay, ich geb dir noch eins Du suchst doch eh eine neue, dann gib mir so zehn, dass ich zehn hab, bitte Ja, du gehst doch eh neue suchen Hier, ich hab jetzt sieben Okay, ähm, ich mach mir grad dann grad noch voll Eisenrüstung Also Leute Ey, warte, du kannst ja voll Eisen machen Ich hab fünf, ich hab grad fünf übrig Mir fehlt doch auch noch der Helm, chill Und ja, Leute, wo ist eigentlich dein Gang? Du hast doch gesagt, dass wir von Gang Da unten, geh nochmal nach unten Ähm, aber ich hol dann halt erst Ich bleib erstmal noch kurz hier Okay, ich erklär's jetzt mal Du bist ja eh hier grad so ein bisschen am Äh, ja, also ich bin jetzt hier der Farm Action Also ich, äh, die, das, die erste Folge Ist, wenn wir es geschafft haben, gleichzeitig gekommen Also am besten machen wir sowas wie sie So richtig gleichzeitig Wir machen halt ein Wurzel aus, wenn wir sie gleichzeitig hochladen Die zweite Folge kommt halt nur bei ihm Und zwar, weil Sonst ist das Wenn wir beide aufnehmen, ist das so chaotisch dann Ja Keine Ahnung Es kann dann sein, dass einer bei Nur bei ihm schaut Nur bei mir schaut Ja, ja, ja Oder bei dem Und dann wollen wir es jetzt machen Dass mal beide Kanäle Ein bisschen Support bekommen Dass die Zuschauer von YouTube Vielleicht was verdecken Boah, der Part war spannend Ich will wissen, wie es weitergeht Und zu meinem Kanal gehen Oder von mir Das ist genau andersrum Und, ja, deswegen Und das ist hier der zweite Part Ähm Profiziell steht Kampf gegen ein Zombie Wer gewinnt Oh, er hat mich nicht mal Der dritte Part kommt wieder bei mir Jo Ähm Und Leute, zum Hochladen Es ist immer komisch Es kann sein, dass mal fünf Äh, es kann sein, dass mal zwei am Tag kommen Also Das Ja, kommt drauf an Es kann mal sein, dass wenn jetzt zum Beispiel Folge drei kommt jetzt bei mir Weil wir produzieren ein bisschen vor Wir machen da Weil ich hab eigentlich keinen Bock Dass wir so machen Ja, jeden Tag ein Video Weil erstens schaffen wir das eh nicht Wegen Schule und so Und wir haben auch noch immer gleichzeitig gezeigt Deswegen Ähm Es kommt halt immer so Verschieden Wie heißt das dann? Ja, es ist halt auch bei den Horizons Ich hab das ja Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Projekt Jetzt mal eine Weile lang stoppe Erstens wegen der Schule Und zweitens Ich hab da meistens null Aufrufe Es Guckt mein Horizon Pass einfach Ich hab da meistens null Aufrufe Und das Lohnt sich dann nicht weiterzumachen Wenn da sowieso keiner sie guckt Ja Dann mach ich's lieber alleine Bin's ehrlich Oh Perfekt Ich kann ein Äh Ein Skelett töten mit Goldrüstung Oh, hier geht's runter Hier sind noch keine Fakten Ah, nee Hier ist halt kein Fakten Okay Okay, Leute Ich geh jetzt mal auf 11 Oder so Feitsch gegen Goldrüstung Gegen Eisenrüstung Sozusagen Ich kann halt auch immer so ein bisschen Erzählen Weißt du, wir hätten's auch so machen können Dass wir irgendwie so beide Camps zeigen Aber das ist Oh, ich war in einer anderen Höhe Aber das ist ein bisschen doof Ja Weil, keine Ahnung Und außerdem ist dann dieser Effekt Mit dem Dings nicht da Aber, ähm Ja, also Ihr seht jetzt nicht, was bei mir passiert Aber Er ist einfach nur am Farben Ich sag's ja Wenn irgendwas Wenn irgendwas Ich farbe jetzt Wenn irgendwas Tolles Was passiert Wenn irgendwas Tolles passiert Dann schreie ich Ich sag's, ich versuche 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 Creeper Ah, ne, ich brauche Oh, perfekt Eine Spinne Schau, ne Hölle Ganz nah So will es Zwei Jombies Hier sind's Ja, 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 ja Oh, mein Gott, oh, mein Gott Oh, mein Gott, die Schmerzen Ich schaffe Da sind's Ich bin, ich bin, komm Da, ich bin in der Höhle Die ist jetzt auch fünft Und da sind irgendwie Ich hab' auch Oh, mein Gott Das sind, oh, mein Gott Da standen So Äh, 20 Monster Ich versuche Genau, 20 Monster Auf einmal Auf einmal Ähm, ja, warte Ich Soll ich kommen? Ne, ne, es ist noch okay Ich geh da jetzt Nö Ne, ne, warte, warte Warte, lass zusammengehen Das ist bestimmt spannend Oh, mein Gott Oh, mein Gott Hier ist ein Zock Ey, soll ich mich porten? Damit wir ja beide das erleben können Ich sag's Ich bist nicht Aber ich bin halt In einer schweren Situation Ey, ja, komm Ich port mich ausnahmsweise Das ist einfach wegen der Damit das Video hier Ein bisschen spannend wird Wenn nicht, Leute Wenn nicht, würden wir es dazu machen Ich versprich mich jetzt Und er kommt zu mir Und ich würde mich Irgendwie raus Warte, ich mach Ich baue mich noch kurz In die Wand rein Kurz noch nicht porten Und du kannst dich schon mal eingeben Zu spät So, Leute Alter, komm mal mit Komm mal mit Lappes Ich weiß Nein, nein Komm erst mal mit, bitte Okay Das ist ganz Hier ist Reds Komm mal mit Perfekt Damit könnten wir den Rest Das ist schon mal mit Konsequenzen Warte, komm mal kurz zurück, weg, bitte zurück, bitte ich will, dass es stört Nein, sterbe Ohhhhh Ich krasse das mit schwer, das war es das parma, die müssen wir es helfen Ja, nein, bitte, komm zurück, komm zurück, kurz, ich will dir das erklären. Ich bin halb tot. Weißt du, was passiert ist? Ich bin genau in die Monster-Farm reingesprungen. Zwei Plattformen, ihr 20 Monster. Weißt du, warum? Weil die nicht 20. Du weißt ja, die Monster spawnen, wo man... Pass auf, tötet ihn, tötet ihn. Oh, die Monster spawnen ja nur, wenn man in der Nähe ist, aber ich war irgendwie ganz lang, während ich so erklärt habe, war ich die ganze Zeit in der Nähe. Oh Gott, ich hab Gold. Gold, 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 Gold. Vollregen, 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 ich renke nicht mehr. Ich hole mir kurz das Eisen da vorne. Achtung, lass das Skelett, ich hab Angst. Alter, vor allem mit diesem Kult, da ist es auch schwer gegen Skelette zu kämpfen. Oh fuck, ich hab... Warte, warte, lass mal kurz dieses Eisen holen, dann kann ich mir Volleisen machen. Ja, bau mit deinem Schwert ab. Oh mein Gott! Was ist? Nein! Ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir nicht geben. Lol, die Monster tüten sich grad gegenseitig. Ist doch gut. dann können wir ich gehe kurz die eisen ich will nichts verpassen also mache ich mir was crafting bench ich habe noch keine crafting bench gebaut hast du was zu essen ich habe kein essen mehr ich auch nicht zum glück habe ich gerade welches gefahren wie viel hast du für 70 Stück aber ich muss noch warten und somit und somit bist du meinst du musst du musst du musst und trüsten die tüten sie auch glaubt gegenseitig und ich muss nie und so war damit es gleich ist wenn du frisst es müssen wir auch schießt es schießt wahrscheinlich das gelettet da hinten und aus dem muss jetzt gerade erst mal mir vorweisen machen hast du überhaupt ein eisenschwert nein lächerlich kann ich mir grafen kann ich mir grafen alles gut so oh gott hier ein bisschen essen oh gott i missed you stimmt ich habe die ganze zeit kein eisenschwert ich versuche mal ein zombie so weg zu locken wo hätte ich das auf aufnahme ich warte lass mich das machen jetzt ist mir jetzt ist mir das spannende passiert ja okay das ist auch noch spannend aber da ist das vorne wir bräuchten jetzt würden wir dürfen die nicht abbauen wir dürfen die nicht abbauen wir dürfen die nicht ab ich weiß das ist das gelett ja das ist das geld wir kill das habs als ob das ein skelett vorne ist ist es auch gunpowder name tag sattel 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 rüstung gunpowder essen das geld fahren perfekt pfeil fahren pfeile 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 ich habe die du gehst jetzt raus und farmst und ich mal baue das glänzern kannst du mir noch essen geben um hier ich habe hier neun stück noch drin ich habe mir gerade acht geholt ich war dann ein bisschen sparen noch mal durch das geld gespawnt obwohl herr ist das kann ich das war gewesen sein ich habe dann die fack ich höre ich nicht mehr an ein kann eigentlich sein da habe ich mich tippet jetzt muss ich wieder nach oben laufen so weißt du wo der weg nach oben ist du bist doch gekommen ich bin habe mich doch tippet du vollidiot ja du bist aber doch gegangen aber du hast dich doch weggegraben in diese höhle ja ne ich bin natürlich noch warte komm her komm her komm her ich zeig dir was passiert ist will der zombie schnell wir müssen ihn retten wir könnten daraus villager machen ja warte erst mal ich zeig dir ich habe außerdem noch eineinhalb herzen kommst du also nicht eineinhalb sie hälfte die mussten von loch sein irgendwo her und die für arzt was passiert ist oder er ist gerade gefahren sind auf welcher jetzt weiß ich woher die spawnen hier unten er wo hier unten na wo aber expert und schaut dort in den bisgleich er solchen karton stoppen wenn die ne ne doch ich hab einen kurzen Stopp wenn ihr hier müsste irgendwo ein Loch sein so ahntst du schon was passiert ist oder du bist runtergefallen genau in die Monstermenge Zombies äh die sind voll viele vielleicht ist er noch äh ein Zombie-Spawner du musst das essen ich fühl mich mit drei Herzen ein bisschen unwoll du hast nur drei Herzen? ja das ist ein Zombie-Spawner, das ist so safe ein Zombie-Spawner ich komme, ich helfe dir noch, das ist doch spannend vier Zombies-Spawner der Villager-Zombie, deswegen, zwei Villager, das ist so safe ich muss den töten Junge, du kippst mich hier ist doch was wo ist denn der Zombie-Spawner, ich kümmere mich drum ich glaub der ist unten Gold, 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 Gold wir brauchen ja sowieso noch Gold, wir müssen Goldäpfel draus machen, damit wir sie heilen können und welche Tränke brauchen wir ich bin in Lava aber mit den kennst du dich ja aus, weil du so schwach bist ich bin grad fast in Lava gefallen ja gut tja, ich wär nicht fast reingefallen schwarz wer ist reingefallen wer ist reingefallen wer ist reingefallen wer ist reingefallen ja jetzt sind wir genau an der gleichen Stelle wir beiden der ist da unten ja ich dachte es soll sonst sein oh fuck, wir hätten uns äh wasser holen können, ich hab's jetzt abgebaut, egal da ist er jetzt wahrscheinlich ich hab mir auch gedacht, dass er dort ist aber vertrauen wir mal den Ziple, ja okay, hier ist nur Lava er könnte auch hier sein, hier waren aber das geht eher nach oben weißt du, was ich mir jetzt mache? oh, ich hab den Counter noch nicht fortgesetzt ja, dann geht er ein bisschen länger, XXL Folge ja, immer 30 Minuten Folge, wir machen wieder oh, hier ist Wasser, falls du willst egal, mach's weg äh, ich mach ein Skelett Spawner äh, ich brauch was dafür, dass wir das Skelett Spawner geil tja, zu spät obwohl ich kann einen ohne da ist schon wieder ein Skelett Spawner ich hab da hey, wenn man fucking spawnt, dann spawnt doch keiner ja ich hab überall fucking ich will mir noch mehr Lapis man weiß ja nie, wo für Lapis für Enchanten und ich bin schon Level 16 geil äh, wo bist du runter jetzt gefallen? ich muss hier irgendwie wieder hochkommen ja, keine Ahnung toll boah, hast du mich erschreckt du misset hier ist Wasser ich lass dir jetzt mal ja, lass es liegen ich brauch's jetzt noch nicht so unbedingt ich kann noch eine ohne bau obwohl doch, was das was, was das effektiv äh, ja, ich hab drei Eisenboot weißt du, wie man eigentlich sich eine Schild baut? eine Schild? nein ein Schild ich kann, es kann sogar sein, dass man den sich gar nicht craften kann ich meine, man konnte ihn sich craften ich weiß, ich weiß ich darfst du da nicht fragen vielleicht kann man ihn nicht craften schreibt sie die Kommentare ich brauche mal ein bisschen Redstone, bestimmt kann ich bett haben Redstone, wenn ich das Wasser jetzt setze dann ich kann bestimmt gleich, vielleicht Redstone, bei der Übersetzung wie ist dann es gab dich dorthin ähm ich wollte, ich bin grad dran ein Spawner zu bauen okay, jetzt suche ich nur noch den Eingang, wo du hergekommen bist wo bist du runtergeflogen? ich muss irgendwie dumm denken wo würde es die Pläne ist im Mord Spinner Lowground des Todes ich habe mehr Gold ich bin reich ich bin reich hast du gefunden? also ich glaube, diese Folge kommt nicht mehr hoch kannst du mal Plöcker bauen die müssen die Lascher zu stopfen, damit da keiner mehr braucht da keiner es war eine ganze Zeit das wüsste ich schon mehr Moken oh Gott jetzt muss ich erst mal hey, sind aber überfacken das kann eigentlich gar nicht wüsste zack 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 kannst du mal so stein ab und mir geben kann ich dir, ich hab ein Steckstein-Modimentar ich weiß auch nicht, wie so wer geil ist, wenn ich jetzt hier jetzt finden will das wird zu geil für die Folge wo ist denn? ich bin gerade bei Lava, deswegen und deswegen habe ich mir Wasser einmal geholt, damit ich diese Lava wegmachen kann ich sag dazu nur Profi ich bin halt einfach nur Profi und das eigentlich jeder kennt die einfachste Sache einfach Wasser über Lava zu machen und wenn man Dias farm will sagt mir nicht, dass du es nicht kennst wenn ja, dann bist du wirklich ein Noob was ist das? Wasser, wenn du so, wie du dir farmst bei Lava hm ich stehe auf ja, bei Lava was nicht was meinst du, dass du nicht? wenn du es nicht weißt, dann bist du wirklich ein Noob wie farm ich was? ne, Dias, wenn die gerade bei, ne, also und so auf der Lavasee, du musst in Lavasee überqueren äh, Wasser? ja, okay zwei Creepers leck mich doch am Arsch ich hab'n hüpf oh oh Gott ich hab' die Explosion bis hierhin gerannt oh Gott eigentlich müssten da welche spawnen jetzt lol es klappt ah, ich muss noch was machen oh Gott den einen hab' ich besiegt, den anderen ist explodiert soll ich noch Eisen mit holen? ich hab' ne Schlucht gefunden, geil das Geld bringt sich grad gegenseitig um ist doch gut, dann kannst du doch den Loot einfach aufsammeln das funktioniert momentan so halbwegs äh, stimmt noch nicht so genau wie ich es möchte ja, ich hab' noch nen Dungeon gefunden geil, oh Madigo oder? Spin Dungeon so ein Ding spinnen ich bin tot, ich bin tot 20 spinnen schnell komm, bitte, bitte, bitte mehr als 20 spinnen du bist du warte, ich muss das ich bin hier nun mal fertig oh Gott pff zum Glück können die keine Rüstung haben ich bin froh drüber oh pff springt die mir einfach ins Gesicht oh pff besiegt kennt ihr diese ekelhaften Spinnen, die da so an der Wand hängen und denken, dass sie unsichtbar sind ich bin unsichtbar wüsst mich nie finden jo, das Skelett portet sich einfach mal ich hab' den kompletten aufgeräumt easy und bin fertig mit dem Spawner oh, ich seh' sogar deinen Namen ja goldener Apfel wo bist du wo bist du? ich hab' kein Essen mehr, wo bist du? Melonsamen ja, wo bist du? ich hab' auch ne Kartoffel hä? ich hab' auch ne Kartoffel was ist? hab' auch ne Kartoffel äh ich bin, ich sterb bald ich verhunger ich hab übel zu wenig Essen, wo bist du? was hast du noch Essen? ich hab' wie gesagt Essen dort in die Chess in der Chess gelassen welche Chess? äh, in den Ofen meine ich da hab' ich alles rausgebracht du hast das alles verbraucht was bist du für ein Frissack? nein brottet der sich hier einfach was soll ich machen? ich bin echt hoch hinlaufen ok, das ist das ein Zombie Spawner können wir eigentlich abbauen, oder? nein, 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 nein den behalten wir äh, wofür brauchen ach, stimmt und diese, wie heißt noch mal diese äh, frakentierte Schwendenaube ah, scheiße, jetzt komm ich ja nicht mehr dahin, wo ich bin aber ich brauch' Essen, ich sterb bald ja, ich hab' auch nicht mehr viel wir müssen hochgehen wieder äh, wie heißt noch mal äh, lasst doch eine Farmer richten hier stimmt ja, die kannst aha ich will keine Farmbauern ich geh' hoch zur Boston-Fahr, weil ich glaub' nicht, dass wir so schnell so viel essen äh, woher kam ich? ah, hier ja, ich weiß, woher ich kam wo ah, doch nicht, das hier ist die das hier die andere Schlucht ich brauch' ich einfach hoch hier ne, ne, hier ist es hier ist es hier ist es habs, 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 habs komm her hier hoch geh da hoch dann müsstest du da den Weg finden das ist einfach nur die Höhle ich hab' hier einfach wer geil ist, wenn ich Dias finde Dias ich will also schwarz wohin lang die Fackeln ja da los da wird torches von torche also ich mit den Countdown äh, der zeigt 17 Minuten gerade oh, dann ist ja noch alles gut boah, das wär' so lange für oh ich bin jetzt alles richtig oh Gott ich wusste nicht, dass das hier Lava säe ist glück 31 ich bin glaub' ich falsch gegangen kommt man bei deinem Weg komplett hoch äh, ne ah, ne da bin ich wieder zurück bei mir und wo kam ich jetzt wo ist mein Loch ja, das war hab' ich mich auch auf das gefragt da ich hab' hier komplett eine Lava schlucht hier müssen Dias sein hier müssen Dias sein so safe wie deine Misters Butterfakes sind deine Misters Butterfakes sind deine Misters Butterfakes sind mit was ok weiter geht's hier müssen doch Dias sein es ist unmöglich hier ist eine komplette Schlucht mit voller Lava hier muss Dias sein wir müssen Dias sein ich bin jetzt, äh, 57 15 ja, ich bin Dias sehr geil, wenn wir jetzt die zweite Folge Dias finden komm schon, Dias ach ja, ich bin Dias schon, Dias ganz Zombies oh, Wettnis wird nicht noch ja, geil genau wie ich sage, was noch oder? ja, es wird noch geil ich hab' langsam keines mehr das ist ziemlich belastend weil es nur Farmer ja, ja, aber ich kümmere ich jetzt gar dass wir Dias haben oh, oh ich hoffe das hört man nicht ich hab' richtig viel Gold hier ist einfach so viel Gold so, 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 viel Gold ich weiß, ich finde, dass von mir VTR OP gemacht ist wenn du in den stehst stirbst du auch mit Eisenlust Ja soll brauchen so, wo ich so ne ich muss so und wenn so ne richtig große Kühlding ist und wo sogreifungen wissen wie hier einfach überall creepers sind creeper erledigt easy gg hast du mein skelett schon gesehen also ich bin noch in der ich suche gerade noch nach dios es ist uns sind eigentlich so richtig schlechter was ist halt einer da kommen weniger aber du weißt ja ich habe keine ich habe keine materialen dafür zwingen ich bin so dumm ich habe die ganze zeit keinen platz im inventar jetzt habe ich es ist vielleicht nicht gesagt da habe ich mich gleich den PN ja oder klar bisschen nicht in gefördert gefahren weil ich kann ja man mag man kann zwar so sagen ja du bist in Essensgefahr Junge aber ich kann mit theoretisch auch noch ständes Partner es wird einfach nur länger dauern was in welchem stück ich mache eigentlich mache ich aber eigentlich war ich das gleiche bei dir weil nur ein stück für das heißt ich bin ich bin es ein bisschen ist noch ein paar okay für eine halbe Stunde haben aber 17 nicht gereicht oh Gott ich finde das die sind gar keine dir ist es kann nicht sein das gelacht mich nicht wir hätten es eigentlich zu machen müssen dass wir in der stadt und mit wenigstens ein bisschen haben wir das ist ja langweilig waren weil es ist nicht so als würdest du lebensgefährlich das ist es ist es wäre es wäre so mega lebensgefährlich und mein Gott so ein Gott ist spät und sind so neidisch in der Stadt auch nicht ich hab in eine Welt wo ich in der Stadt wohne aber das ist auch nicht sehr gefährlich und aus dem ist gerade bei mir ein sehr gefährlicher weil er gehen ja mal die zum bisschen weg die Bilder äh diesen meistens dann schon tot ich weiß nicht wie schnell die einfach sterben Loll anderes Gebiet gefunden und schaust uns in Schöckung und Gott Dias wo seid ihr weil es in so viel Zorn ist ein Schraubbruch oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich habe mich tot ich hab sechs Nachrichten aus einer ich werde die ganze Zeit gespälen zwei Skelette ich bin so safe tot Zuckerrohr was wärmisch weg Juuu wie OP Schafe oh mein Gott tot heck nein weißt du was passiert ist ich geh jetzt wieder hin scheiße weißt du was passiert ist es war so unnötig es war so unnötig weißt du weißt du was passiert ist ich bin zum Creeper gelaufen wozu äh als ich da war hat er noch gar nichts was war noch gar nichts auf einmal explodiert der Instant oh scheiße die spawnen Sachen ja oh ich hab hier noch zwei Brot perfekt ich baue mir jetzt eine Farbe ich hab keine Ahnung der Wahl hab ich Dörf wo war das oh nein ich hab kein Geld ich hab so viel Essen und von Euren alles scheiße wo war das du musst das finden wieder ja ich suche ich muss eine Farm bauen ich muss zurück ich muss zurück Mann hätte es nur die Koordinaten ich hätte ich hätte die Koordinaten aufschreiben sollen ja aber du wusstest ja nicht dass du stirbst ja ich gehe eigentlich war es auch dumm es war ein Lektor fuck ich werde hier von 3.20 um zu ähm wo war ich der Weg nach oben wieder wie heißt nochmal nach oben weiß ich doch nicht aus wenn ich bin gerade mit anderen wo kam ich hier ich weiß die Erste hierher kommt mit Kappala war bei Herzen sie sollen werden und später und die Strafe für den Tod machen aber später erst bei dem zu das und jetzt wieder abgeschossen stattdessen wo war das du musst ich glaube ich habe und mehr oder könnte sein Mann sagt und sind das wäre bitte Körbis aber das habe ich jetzt keine Zeit für ich bin gleich Trug gefunden gefunden muss mir gleich helfen kommen ich habe ein gefunden zwei Arzt und er hat mir Ja, ja Enderman Enderman Und, hier sind irgendwie 30 Monster Enderman Ich finde nicht nach Hause, ich muss nicht nach oben graben So meine Sachen Da ist da, da ist diese Höhle Hier sind sie irgendwo Ja, scheiße, ich sterbe aber Ich sterbe Na, ich seh sie, ich seh die Sachen Ja, zwei Herzen Okay, du musst mir gleich mal helfen Ich finde einfach den Weg Ich muss dir helfen Ja Ich hab 32 Gold, einfach You must help me, please, please Help me, please Ah, ich glaub ich hab's Lol Nein, hab ich's nicht Ah, ich bin ein Tag, sorry Wird Ich kann nicht weitergehen Malerweise hätte ich jetzt gesagt, ich hab Videobeweis, das ist ein Bakker, aber ich hab kein Videobeweis Also meine Schuhe Also meine Schuhe Ich hab ein riesen Problem Naja Ja, Dirt Dirt, 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 Dirt Danach hab ich gesucht Ah, nein, ich sterbe, nein Ich bin der Muttergottes Nein, bitte, bitte Bitte Nein, bitte, bitte Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Wir sind drei, ja, oh mein Gott Wer, nein Ich sterbe, sterbe Nein, ja, ein Herz ausgelenkt Ich wies mich auf Ich darf nicht, ich darf mich nicht zu dir tippen Scheiße Bist du noch mal gestorben? Nein, fast Ich brauche mir jetzt meine Farm Ich glaube, ich beendet die Folge Oder? Oh mein Gott, ich hab überlebt, oh mein Gott Nein, noch fünf Minuten Was? Was, noch fünf Minuten? Ich brauche hier jetzt eine Notfallfahrt Ich bin die Folge auch hier Oh mein Gott Alter, okay, ich bewege mich jetzt nicht mehr Oh Ich liebe dich 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 Ich habe drei Ah, so, du bist außerhalbgefahren Okay Warte, warte, aber noch nicht, warte, noch nicht zum Mitte Okay Oh Gott, jetzt bin ich wieder in Gefahr Nein Das war dumm, das war dumm Ich sterbe Nein, ich hab nicht, ich bin im Wasser Warte Und du kannst zum Mitte drehen Okay, T-Lasch 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 Zack Ähm, die Koordinaten ungefähr, weiß ich noch Minus 3 Minus 277 Und äh, plus 400 Okay, das war's mit meinem Bogen Der hatte Unbreaking Weißt du was, was ihr jetzt guckt Ich bin gelaufen und dann Oh mein Gott, oh mein Gott Das ist ein Kühl Deine Schuhe sind Schrott Nein, die sind nicht Schrott Ich find sie nicht mehr Die sind diesmal wahrscheinlich Eiherz Liebt sie noch? Geh weg, ich kann regnen Ich kann regnen Ich kann regnen Ich auch gleich Nein, nein, das stimmt nicht mehr Nee, nee, nee. Ich hab überlebt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, ich hab ihn auf mich gelenkt. Ich glaube, wer hattest du? Bitte kipp die Schuhe. Die Eierherzen. Warum hat er die Schuhe nicht getrobt? Der, bitte tropf Schuhe. Das ist gerade so im Moment so richtig spannend. Mann, warum troppen die nie die Rüstung? Oh Gott. Habe ich nicht noch Goldschuhe von dem einen? Nein, der hat eine Hose getrobt, aber brauche ich jetzt noch dringend. Oh Gott. Endlich Regeneration. Ich weiß die auch noch ungefähr, also lass mal. Ähm, also in Zweifel, du kannst die Folge eigentlich schon retten, Leute. Ja, kommst du? Äh, sollen wir Ofen mitnehmen? Nein, äh, ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Wir müssen Essen fahren. Äh, ja, lass losgehen. Ich hab alles Essen rausgeholt. Nein, die Folge beendet. Achso, stimmt, 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 stimmt. Okay, komm neben mir. Neben mir. Hallo. Das ist ein Loch. Okay. Okay. Hey. Hey, hör auf zu schlagen, davon geht man eine Rüstung kaputt. So. Okay, dann. Viel Spaß bei der Folge. Nee, beim Gucken. Schaut bei der Play vorbei. Ich schwitzt Dreck auf dich. Es sieht aus, als ob du dich übergeben würdest. Aber, egal, ich brauchst du sowieso gerade im Moment doch. Du musst noch unten droppen. Warte. Du musst deinem Helm noch nicht... Ah, nee, geht nicht. Egal. Egal. Nein, ich mache mir, ich gebe mir es einfach. Wir sehen uns... Nein, nein. Nein. Ich habe gerade... ich hätte sicher nicht mit München geschlagen okay dann viel Spaß bei der Folge und bei den C-Place ich lage es wird nicht schlafen auch ich bin es tot okay jetzt lass mich die Folge wenden Lass mich die Folge wenden okay dann wir sehen uns beim nächsten Mal und bei C-Place seht ihr bei uns bald dann tschüss